So hallo und wir kommen zu einer weiteren Runde von Survival Games und heute spielen wir auf der... ja, auf der Map SG4! Yeah! Wo ist ein Gespiel? Wahrscheinlich hinter den Kisten hier. So. Ah, scheiße, ich bin gerade zu langsam, um Kisten auszuräumen. Und ich bin zu dumm. Ja. Warum nur? Okay, das war der, wo ich Max getrollt habe. So. Schütze ist zu Ende, ja. Okay, hier komme ich nicht gern. Ich weiß, was passiert. Ja. Ich weiß, was passiert. Weil ich mich in der Map ziemlich gut auskenne. Also auch von wegen so... Oh Mann, warum ist dieses Heiser immer zerstört? Okay, ich hoffe, da oben ist keiner. Doch, ist einer. Okay, geil. Äh, okay. Oh Mann, gibt's hier nicht auf diesem Haus Kisten? Ah, doch, da! Yeah! Eine Kiste. Mit Essen. Ja, Essen. Wenigstens etwas. Ähm... Äh... Okay. Okay. Oh Mann, wieso komme ich da jetzt nicht? Aua. Manu. Okay, geil. Okay, wir sehen... Ach nee, ich kann ja gar nicht schneiden. Scheiße. Okay. Wir... Ja. Ich kann leider nicht schneiden heute. Deswegen müssen wir leider alles in einem Rutsch aufnehmen. Ich kann aber mal... So. Warte. Ähm... So. Ähm... Hilfe. So, warte noch mal. So. Ja. Ähm... Es wird wahrscheinlich auch dann... Es wird wahrscheinlich dann auch mal SimCity wieder geben. Ja. SimCity kommt jetzt irgendwann dann gleich... Ja. Ähm... Ich hab halt... Das war halt ärgerlich. Ich hab halt zwei Stunden aufgenommen. Und irgendwann hat Fraps gesagt... Nee. Aufnehmen. Warum sollte ich das? Und... Ja. Dann hab ich... Einfach... Ja. Dann hab ich einfach... Das Projekt so zum Teil aufgegeben. Zum Teil. Und... Ja. Aber jetzt will ich mal wieder damit anfangen mit SimCity. Es war halt ultra nervig, immer wieder das aufzunehmen und so Ungewissheit zu haben. Ja. So Ungewissheit zu haben. Ähm... Ob's jetzt aufnimmt, ob's jetzt nicht aufnimmt. Und wenn ich raustappe, stürzt mir das Spiel ab. Und dann ist auch wieder alles für den Arsch. Ja. Und deswegen... Muss ich halt mal gucken. Ach, das ist die geile Map. Ja, okay. Ähm... Ja. Also... Deswegen hab ich halt mit SimCity Let's Play so ein bisschen aufgehört. Aber nur ein bisschen. Weil jetzt will ich wieder mal mich reinhängen. Oder mich ranhängen. Wie auch immer. Ah, scheiße. Da war eine Eisenachs drin. Ich bin wieder zu dumm. Oh, Mann. Okay. Sie sind wahrscheinlich alle da rein, oder? Oder sie wissen, dass es da keine Kisten dran gibt. Das könnte natürlich auch sein. Aber... Ja. Aber das sieht hier richtig geil aus, die Map irgendwie. So ägyptisch-Stil, ne? Aber es ist ja auch hier... Hm... Ja. Und... Es hat halt immer genervt, halt immer irgendwie... Ja. Zu gucken, ob es aufnimmt oder sowas. Und deswegen... Weiß nicht. Deswegen hab ich es dann auch abgebrochen. Aber... Und jetzt hat es mich auch wieder gereizt. Und jetzt gucken wir mal... Wenn keine Folge kommt, dann hab ich mich so sehr geärgert, dass es wieder nicht aufgenommen hat. Ähm... Ich hab's endgültig abgebrochen. Und... Ja. Gibt's hier keine Kisten? Ich glaub, die wussten das. Mich einfach bloß reinlegen. Es gibt hier wirklich keine Kisten. Alter. Was ist das denn für ein dummes... ...Spiel... Doch, eine Doppelkiste. Hach. Und da ist ein Holzschwert dran. Yes. Oh, ein Radar. Sehr schön. Ähm... Jetzt holen wir uns mal ein paar Spieler. Die sind wahrscheinlich aber alle unten. Okay. Ah, da ist jemand. Den wir mal schön töten können. Der sucht wahrscheinlich auch Kisten. Der kommt näher. Ich komm ihm näher. Ich komm ihm näher, näher. Oh, da ist ein Angel dran. Sehr schön. Aber ich hab schon einen Angel. Na, egal. Okay. Der hat ziemlich gutes Equip, weil da jetzt nur noch ein Name ist. Denk ich mir mal so. Ach. Ja, geil. Okay. Wo sind die Spieler alle? Wo sind... ...alle Spieler, meine ich. Natürlich. Äh. Es wäre fies, wenn da irgendwo irgendwie eine Kiste versteckt wäre. Ich wollte hier auf Spielerjagd gehen und nicht da hoch. Ach, da ist noch eine Kiste. Ja, sehr schön. So. Sehr schön. Man wirkt irgendwie gefährlicher, wenn man volle... ...voll, voll, voll, die er hat. Äh, nee. Nicht voll, die er hat. Voll, voll Iron. Okay, da muss ich jetzt aufpassen. Bitte verbrenn mir nicht. Bitte, das wäre ärgerlich. Okay. Uff, jetzt lass ich mal recken. Okay, wir... ...jetzt gucken wir erstmal, mit wem wir uns da anlegen. Okay, die hat sehr gutes Equipment. Ich gehe hoch. Hilfe. 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 Okay, sehr schön. Aha. Ah, Hilfe. Sehr schön. Okay, und wir sind tot. Gut, das war's mit dieser Folge. Äh, ich hoffe, so ist das hat gefallen. Und, ähm... Ja, wenn ihr Mav sehen wollt, halt... Also, ich will jetzt Endergames machen. Ähm, wenn ich so positive Rückmeldungen komme, ähm, über dieses Projekt, dann... ...wär ich das natürlich machen. Ähm, aber... Ja, ich hab halt Lust auf Endergames, aber... Ihr könnt mal entscheiden, ob ich das mal spielen soll. Ähm, ich bin eigentlich ganz... Na, ganz gut, geht so. Aber Endergames ist halt irgendwas Besonderes. Deswegen... Ja, keine Ahnung. Irgendwie hab ich was Lust zu spielen. Ähm, mal sowas anderes als nur Survival Games. Ähm, ja, wenn ich dann noch positive Rückmeldungen bekomme, dann mach ich's natürlich. So, ähm... Ja, also... Ich sag dann mal von meiner Seite aus Tschüss. Und... Ach, nee, warte. Ja, ähm... Ich hab was Cooles auf Max Server gebaut. Ja. Wollte ich nur mal sagen. Das wird wahrscheinlich auch im Survival Games Video mit Max kommen. Äh, bis gleich dann. Ähm, ja, bis gleich halt zu diesem Max Video. Ciao. 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 Ciao.